was mit dem los ich weiß habe ich auch wo land mir denn es gibt keine außer das ist alles ganze sohn ist ganze map ist so in keller gehen noch gar nicht mal gehen den sadomaso keller das ist ja schon außerhalb fast es gibt nichts mehr aussah das ist doch farm aber natürlich sind hier viele leute einer reingelaufen einer reingegangen ich kann ich habe zum beispiel gelootet und deswegen ist er hat nicht mal gemerkt dass ich ihn anschließe oh fuck ja moin die aber ich habe diese scheiße teil nicht gesehen die er benutzt hat war ja auch klar ja und unter dir ich komme runter ich gehe runter sehr schön hier ist noch einer ja ich höre es warte ich gehe rein wo ist der pisser drüber oder ich alter du hast halt diese schritte überall du bist bei mir alles bist du ich gehe kurz im shop warte ob es geht oder eine drohne ich kaufe jetzt eine drohne ist mir wurscht jetzt sehen wir nicht das gegner gegenüber mir hier ist einer drin wo ist er ist ein dreier team ist ein dreier team okay und da war ein bingel habe ich sehr schön wer auch mit gepusht hat das erde unten sind auch zwei kommen die rein ja ja unten ok warte ja von oben kommen auch zwei oh nein ja genau da ja bei zwei habe ich im hausflug holt und der andere hat mich von außen geholt ja genau warte wer ist denn da noch ich verbrenne dir auch hab ihn down warte ganz kurz da ist unten jemand drin aber ich kann ihn nicht töten ich habe ihn nur die down ah ok warte kurz platte Mörserschlecht was war das denn ich habe mir eine andere waffe gib mir eine waffe alter ich kann nichts auf hier mit so mein aus dem fenster gucken bitte auf meine richtung da nehme ich eine leere waffe aus ja moin wir hatten hier bei mir da rechts links danke und da gegenüber nico pass auf gegenüber noch einer auf dem berg ja ich muss kurz nachladen eine sekunde sehr schön ich muss kurz nur nachladen eine sekunde ja warte hier er ist hier wenn du oben landet noch einer ist da immer noch einer an diesem wo du mal kriegst ja wo diese beiden genau da genau diese beiden türme dahinten ich kaufe kurz platten keine platten nie platten in dem spiel ja so ist da noch eine box ok da drüben geht es irgendwo ein sniper aber dass ich wenigstens paar platten habe gib mir die platten bruder gib mir die platten so platten kaufen eigentlich sind wir noch gut in der saison hat sie schon neue waffen hat immer noch ich habe nur 100 raus kann ich hinter dir ach ich habe jetzt knopf hinten markiert endlich zum halten ja moin noch hast du ein bisschen geld ich habe platten gekauft wir werden gejagt schon mal von wo ach guck mal hier ist eine rpk die jemand fallen gelassen hat mucho gracias einfach liegt eine fertige rpk oh wir sind in der nähe sind in der nähe ja hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns irgendwo ja ja direkt wo hier ok warte so ich sehe die noch nicht wo kam der denn her warte 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 da irgendwo warte ich hole ihn kurz ich weiß nicht von wo angeschossen ist ja so da ok da links landet einer wo ist der besser ich schau mal kurz hier ich sehe noch nichts wenn ihr seht wenn ihr seht ja du schau mal ob du high ground kommst an dem stein sagt sie ja da vorne ne weißt du nicht hat er sich verpisst oder was ich hab keinen 140 meter ist ein loadout ne die sind immer noch hier in der nähe alle hinter dir nico da hier hinter dir da waren ja 100% ist einer vorbeigelaufen grad da auf dem dach sind 1000 ich hab doch grad hier angesehen kommt auch einer da muss hier gewesen sein wird geht zur not out weil der ist in der nähe von uns der typ ist es deine mine deine claymore hier ok da unten liegt eine claymore aufpassen ja das war einer von uns oder die sind alle da unten und da ok ok also zwei leute auf jeden fall boah die epica ist scheiße die er hat die hier ja ja die sind also weiter weg jetzt von uns die gegner wo 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 wir haben ja mal bleib mal chill mal kurz hier was zum teufel war das ja ja das bin ich ich hab die claymore ok da war claymore ich bin einfach an der vorbei ja aber ich kenn mich nachher du läufst da rein und ärgerst dich hab ich doch vorhin gesehen ich idiot ja ach komm wie schnell hast du mich geholt gegenüber am haus da wo wir vorhin waren kann mich jemand tappen warte jetzt gegenüber am haus wir können sie aber abfangen jetzt weil die werden hierher kommen müssen ja genau gegenüber hat wurde ich angeschossen ja alles neuer und neuer und hast du markieren da 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 habe ich habe ich habe ein sniper ich bleibe den weg er ist tot aufpassen hinter uns nicht wer braucht munition schlussverkauf schlussverkauf wir können doch hier chillen alles gut wir haben die beste position gerade eigentlich ja wir müssen ja wir haben immer noch gute position links unter mir unter mir unter mir zwei leute links links landet einer links drei leute drei leute drei leute drei leute drei leute bei dir bei dir bei dir bei dir bei dir kann ich niemand holen achtung hinter mir ja ne ist ein schildputzi einer er ist da drin ja mein gut ist immer noch da die waffe ist der katastrophe ich weiß nicht von wem diese pk ist kannst du überhaupt nicht spielen aber ihr könnt zu laut gehen wenn ihr wollt hier hier und hinter bei mir drin bei mir drin ist noch jemand ich weiß aber es ist katastrophe grad hier überleben überleben alles gut genau außen steht einer zwei sind kurz ich hatte es kurz nein ja ich höre nichts mehr ist einer reingekommen sound ist schon so scheiße und dann hör ich erzählen Sachen denn schimmel irgendwo rum ich höre nichts bestes spiel wieder im game ich habe es an oder nicht was sagt ihr ja wartet ok ich bin auch drin ich warte auch noch ein bisschen ich warte auch noch ein bisschen ich hole es loadout und gehe dann unten in keller in keller sehr schön kann man da landen nein kannst du nicht landen oder sicher ja du bist ein gegner keine chance er kann es vergessen dort zu landen alle campen loadout ab wie immer dieses scheiß spiel mit loadout ab kämmen dazu gekommen krise von in diesem scheiß richtige genug schmutz 15 sekunden wer ist denn da noch ach jessin kann nicht mehr rein können sie alle nicht mehr rein doch ich habe noch die chance sieben sekunden und noch zwei sekunden jessin holen wir gleich rein 2.000 dollar habe ich hier auf tasche weiß nicht ob ich ihn irgendwo holen kannst da hinten ist dabei aber ich meine naja wirst du nicht hingehen können oder so ich probier es aber ich bin Elon gib mir platten wenigstens ist es oben jemand drauf ich schuue euch warte ich höre halt wieder nichts natürlich sind da gegner also ich bin safe warte wie soll ich da reingehen da kämpft jemand ab bei dir nico wo liegst du da war das komme ich kann schon okay ich kann eine waffe rausschmeißen hatte hier immer die nico die ganz nehmen ist die einzige platte eine platte habe ich hier eine platte nämlich gar nix ich gucke mal da landet die mann rechts von euch da ist man gelandet jetzt vorsichtig spielen gar nicht rasch immer rechts von uns im gegner nicht so viel lauf man hört es so extrem versucht ein bisschen wirklich einfach mal im gehen hört sich dumm an aber ist halt so jetzt einfach mal schlau spielen gegenüber uns was auf nico 17 noch 14 zum shop können wir nicht gerne meint so no fucking way oder das ist ja zu krass immer zum shop gehen könnte noch ich schwöre ich könnte euch alles kaufen ich habe geld rüber gerade warte hoch klar keine chance die schießen von oben die schießen von oben aber die zone kommt ihr zu euch die müssen zu euch kommen natürlich ist da noch einer mit fennig gespielt am ende so ja natürlich ist da noch einer mit fennig grünen